ähm ja okay warte 3 2 1 hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu der achten folge von mein kopf oder nicht mein kopf fernst ja das ist ja mein kopf fernst nicht und ja wir haben einen namen gefunden und um diese folge welches namen portal gehen mit dem foster games der ist ja schon drin und ja ich wollte mich mal so ein bisschen gucken wie es schon aussieht und wenn ihr fps hat wie es dann so läuft der liebe bumble kommt auch gleich und mit dabei ist auch noch der eben ja wo bist du eigentlich die mann keine ahnung ich über koppel platziert ich weiß nicht welche schon drinnen waren beim netter portal aber ich glaube ich wahrscheinlich batu aber wo bist du ich finde dich nicht ich bin gerade genau beim bürger bin wieder da batu weiß ich weiß nicht wo du bist ja warst schon was du beim netter portal mal und nicht bei eurem hey yo das könnt ihr mich jetzt zählen bei Chris du siehst er was ihm ist die Kabel da platziert ist es ist es ist es wenn wir an der Nähe von euch wir haben hier und das gibt es ich bin ein ganzes Verkauf und das hat er gebraucht er will ich mir hier ich bin kaputt ich hab dir die mit entstanden gegeben hey dass das war das dass ich mit dem schaden entstanden oder was nein die wie du hast so sagt es kein entstanden drauf wie ja hier ich hab's auf der aufnahme ich hatte effizient zwei drauf ist keine ja wenn man ist bei mir ist auch ein bisschen nix drauf kann man selber sehen die neue alte direkten veräußert ein ding ist gekröntet hat die schaden als ein gast wir tun sich immer kennen großen Päckchen hat die 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 hey wo doch nicht alle anderen die manchen und 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 auch hier deswegen alles klar und hier ja nicht doch auch da und da auch da ist unser Portal Chris das ist unser Portal hä das ist unser Portal hä natürlich warte mal ich weiß noch warum komm wir gehen da runter ich glaub die kommen da auch raus weil ich ja zuerst da reingang bin das war hundertprobeinender Portal nein das ist auch unsers das ist weil Image kann man mit jetzt hä? alles klar hä komm komm geh mal geh mal in unsers rein wir können auch direkt zeigen was hier noch passiert ist Chris das ist das Haus von Bumble das ist das Haus von Bumble das ist ganz fertig aber ist schon riesig braut und hier ist die Zauberkammer auch von Bumble gemacht jetzt können wir Level 30 verzaubern hier was? auch von mir gemacht ja ich auch oh nein also ich hab ich hab Leute ich hab mir wie in letzten Folge schon gesehen hab ich mir ein neues Haus gebaut oh Junge du bist so dumm ne ähm hier ist Chris Pferd also ich hab ich hab hier halt noch ich hab jetzt grad nen Keller so gebaut hier sind Koordinaten für MPC drauf äh warte kurz äh Leute wie ich schon beim Ding aus gesehen hab beim PvP Event ich hab das äh den Satteljahr gewonnen und äh wir haben abgestimmt dass ähm das bei der Reste kann sich nicht glauben und er werden sehen die Lande ist wie man sich glauben könnte und deswegen habe ich einfach die Eintens die man dafür bräuchte in das Game Mode ähm in der Teil geben und hat mir dann die Fäder Reste genommen das ist jetzt kein Schuss ich hab auch guck in dem E-Mail-Präger ist unser Spot noch in unser Portal rein ne ja und wo kommen wir raus wir kommen hier raus genau bei uns ja das ist doch unser hey yo wenn ich 30 Level habe dann wieder ne Pick und dann noch nen äh äh Robben halt's Maul jetzt Robb Alter Robb warum erpresst das ist scheiße wenn du erpresst das ist kacke ne Robb schreit mir grad so ja wenn ich auch nicht selber darf dann ähm sei ich bin ich leise wenn nicht dann bin ich laut in der Aufnahme ey dann petz ist dein Elter hey ja was soll ich machen meine Letzte sind nicht da oh petz meine Letzte sind nicht da ja dann zügel dem eine ne na na ok ok also Chris lass 3,2,1 äh Chris lass mal irgendwo jetzt bisschen fahren wir oder äh ja gut wo dann äh hier hinten bin ich ach wo wirst du direkt gelaufen hinter dir hinter dir nein 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 jetzt hinter dir ich bin schon richtig klar ich hab nur dein Gesicht nicht gesehen ich hab hinten ganz viel allerdings gesehen Quarz ich hab nur hab'n Glas gerade gar nicht mehr hoch jetzt Spaß äh geht er auch auf 30 Level ja bringt ja voll nicht bringt ja voll irgendwie ja hast du doch immer gesehen ich weiß nicht was ich für Zauberin hä ich hatte Flame auf meinem Bogen und Stärke 4 Alter Unbreaking 3 ich guck' ob ich mein Schwertsatz hab'n ich hab'n ich hab'n Schwertsatz nicht so wichtig ja ich hab'n Schwertsatz ja ich hab'n Schwertsatz vielleicht für Ender Dragon oder so später ja dafür brauchen wir einen Bogen ja oder ich hab'n Schwertsatz unbedingt ja ja ich hab'n Schwertsatz so als ich hab'n Schwertsatz 6 Grad 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 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 17 15 ских 14 18 15 15 15 15 17 17 18 die 15 15 15 15 15 15 das ist mein Papst nicht hat irgend so ein thema worüber reden könnten freundin ich habe kein bock mehr hätte ich das auf aufnahme ich hatte meine glückspitz sacke dabei mein boden stärke viel anbrechen drei und play hatte alles dabei ist der unendlichkeit auf dem boden ich gucke gleich wenn ich 30 habe ob ich ich werde ich würde mal sagen irgendwie in der nächsten aufnahme irgendwie sowas trennen wir uns einfach so die die aufnehmen und die den nicht aufnehmen weil diese so ein bisschen zu kohle die wässer nix mal links machen alle zusammen fahren gehen machen wir gerade hier ist also das einer auf der rechten seite so schütteln und dann macht die da so ein zusammenschnitt und vier genannten und wie teilen wir das auf die beute der die findet ja der die hoch dann ist es der ist er hat der der ich den gang gerade gerettet Prozent hat ja fast gar nichts weil meist dann wäre ich gestoßen ja auch vielleicht die meisten die meisten sachen die meisten sachen mit dem nebengehen in dieser um ein cooles nicht erwartete hier ich habe mich einmal ganz schön sagen ich habe besucht ja hallo hallo ich habe einfach gleich 17 level ich habe ich habe ein paar ich habe 22 erfolge ich auch ein ihr wollt ja auch gerade nicht er ist bei mir schon viel genau als die du bist genau neben mir hier ja genau deswegen finden wir wahrscheinlich nicht tot was halbes herz Jo, was für ein Lack, Junge. Ich bin grad von da oben, da hab ich mich runtergebaut, ne? Weiß ich so Dings war, da war das genau. Fall einfach runter. Ja, weil, weißt du, müssen wir schon diese roten Schenny hier weggehen. Ja, ja. Das ist so unnormal, ne? Ja, wir sind die so wütend. Und dann, auf einmal fall ich so halben Kilometer runter, ne? Hab ich so, wie so, noch halbes Herz. Zum Glück hab ich Fehler voll auf meinen Schuhen drauf, ey. Ja, das war bei mir grad auf. Ich hab auch Fehler voll auf meine Ruhe geschoben. Ja, meine auch. Warte, was man denn in der Nähe bleibt, hat die Höhe verbauen, oder nicht mehr weiter? Ich weiß, ich weiß schon, ich weiß schon nicht, wenn ich nach Hause komme. Nicht schon. Ja, ich auch. Meine Spezialgesammlung auch, ich hab mir die Richtlinie gemacht. Ich hab auch, aber... Naja... Nur so halbwegs so. Ich hab mir auch einfach nur so... Ich hab mir einfach nur so... Ich hab mir einfach nur so... Ich hab mir einfach wieder... In diesem Rücken, wie ich groß hab. Ich hoffe mal, das ist der richtige Weg, wenn ich jetzt grad laufe. Okay, da sehe ich Glas, das hab ich mir einfach schon mal. Oh, Leute, ich hab's gerade. Lol, im Messer gibt's Quartz? Cool. Oh nein. Ich komm gleich. Ich nehm grad noch auf. Warte kurz. Oh, ne, ich hab bestimmt niemand was gesagt. Musst du hin. Doch. Ja, als du dich begrüßen musstest, hast du auch schon mal einfach nur keinen Bock mehr, ne? Was? Als du dich begrüßen musstest, hast du auch schon mal einfach nur keinen Bock mehr. Ich. Nicht du. Ich stehe mir direkt eingeschwacht. Ich würde einfach sagen, wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lässt ein Like da. Und ja, mach gleich ein bisschen zu essen. Ciao. Und ja, haut rein. Tschüss. Shit. So, ich bin dann mal kurz weg. Ja. Hey, warum nix so auf oder warum gedreht hab? Ja, vielleicht ist es ja. Ah. 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 Ah, ich glaub. Was ist das hier? Oh, Klaus, ja, ich bin gleich wieder zu Hause. Ah, ne. Ah, so wie wie ich mich hier schon da. Oh, was wäre ich jetzt ohne meine Angel, alter? Ich hab dich bei Internet gesehen, ey. Ah. Ah. Ich bin einfach mal kurz auf, auf Zufall wieder Richtung unser Portal gelaufen. Ah. Ich wusste es, es ist, es ist ein Portal. Ah. 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 Jo, Timo, alter, viele Zongpip, meinst du auf mich gelockt hast, du nicht sind. Hey, was kann ich dafür? Bin nur rumgelaufen. Ja, ich hoffe nicht. Hey, ich hab gar nichts gemacht. Nein, cool, viel Zongpip uns gerade. Hey, kann ich nix für? Oh, schaust du mehr, ne? Das ist mein Schuld. Ich hab keiner geschlagen. Oh, das ist der Quart. Oh, das ist der Quart. Oh, das ist der Quart. Was gibt's denn mein Wort? Das ist der Quart. Quart, die Messer. Wir sind satt. Ich reite jetzt mit Olaf. Wie hart. Ich sprich da einfach vom Berg. Oh, Olaf ist rot. Oh, das ist der Quart. 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 Ich glaub, ich mach mir bald ein Feuereist. Das ist der Quart. Ich will mir mal ne, äh, Festung finden sollen. Ja, ich such hier grad eine, ich lauf in ne komplett andere Richtung. Ich hab 25 Level, alter. Okay, Olaf ist tot. Ey, wenn ich blazes finde, du machst einfach nur S3 Screenshot und komm dann zurück, ne? Ich geh da nie im Leben alleine. Was haben die, alter? Die rasten ja. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, warte, soll ich schon aus Glowstone mitnehmen? Ich hab schon Glowstone mitgenommen. Ich auch. Hast du genug? Äh, nen halben Stack? Ne, das ist nicht genug. Der iss jetzt oder nicht? Ne, ne, nimm was mit. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne. die Rasten der Film schon sagt was ist das? Jo, schau doch noch mal auf den Hä, Alter, die schreien! Ja, ne? Was sind die Hunde da? Jo Die wollen so ein bisschen Dune von der Haustklau Hauptabages Das ist eh blindy 27 Level und meine Pick ist gleich kaputt 28 Level und meine Pick ist fast kaputt Oh, crap Nee, Alter, also Nee, manche Leute, ich hab nur noch 60 Durability Durability 36 Durability 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 Das ist schnell rausgeflossen, ne? Ja, im Nether ist das doch so, dass die so schnell fließt wie Wasser in der Oberfläche Nein, ich habe! Oh! 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 Ein Herz! Ein einziges Herz! Meckts grad ein bisschen? Nö Ja Also ganz, ganz, ganz Ich brauche Ich brauche gleich Eisen, ne? Dass ich irgendwie 30 Level bekomme Ich brauche Ich brauche doch einfach Eisen Es klingelt bei mir, wartet. 5 Minuten geht der auf, jetzt hätte ich so backen. Jetzt komme ich hier raus aus diesem Loch. 29 Level, meine Pickel ist bei 30 Blöden kaputt. Oh, schaffe ich das noch? Meine ist bei 14, ich habe 28. Ich muss noch mal irgendwo hier rauskommen. 30 Blöden! 10 Blöden! 30 Blöden! 50 Blöden! krimpick ist kaputt alles klar 8 wir haben das Gefühl umso mehr Level man hat es zu schnell ähm Lambran geht das einfach ja ist auch so was hast du? ich hab das Gefühl umso mehr Level man hat das so schneller geht der dauert es um Level zu bekommen in mir bist du zuhause? ich weiß nicht wie ich hier rauskommen soll nach Hause Timo kann man aus dem Nässe in die Oberwelt nein da steht der Schilder ihr seid nicht immer gleich mit da und da ganz kurz vor dem Messerportal gehen ich muss unbedingt hier weg ich kann gar nicht weg hier ich schwörs euch ich kann nichts machen ich habe keine Pickaxe oder sowas mehr ich bin in einer Höhle steht einer irgendwo in der Nähe? nein stimmt nicht Bist du zuhause? Kannst du kurz vor, dass wir unser Portal? Ja. Warte, wir haben eins direkt in unser Portal. Wo ist jetzt davor? Nein, nein. What the? Was haben wir noch gar nicht? Wir sind jetzt noch gar nicht. Was ist jetzt noch gar nicht? Was haben wir noch gar nicht? Teher. Teher. Was ist jetzt noch? Ja. Okay. Ah, ich bin schon ein Messer-Potor. Warum wird das bei mir nicht angezeigt? Weil bei mir wurde es angezeigt. Ah nein, das wollte ich nicht verkriegen. Okay, ich brauche noch zwei Level. Ich will mal kurz noch eine Picke und dann gehe ich wieder rein. Ich will noch eine. Ich muss essen, aber ich tue mal die Wertsachen weg. So die Quarz und sowas. Alter Mann. Das dauert so lange einfach. Was? Level zu fahren. Nein, das geht voll schnell eigentlich. Aber wenn du so, sag ich mal, übelst hoch. Wenn du eine recht gute Spitzacke hast, dann geht das rein. Ich habe einfach nur Steinspitzacke gerade. Steinspitzacke? Ja, das Ding ist mein Eis nicht gerade im Arsch gewesen. Okay. Deswegen habe ich noch ein paar Steine getrunken. Wo ist denn das Messer-Portal? Das nicht mehr. Das hier? Da. Die bekomme ich jetzt nochmal am Schloss. Tötet Viecher. Ja. Das dauert jetzt so lange, bis ich noch ein einziges drin bin. Okay, das Rauschen ist nicht von mir, weil ich habe mich wieder entmütet. Ja, und jetzt ist es bei mir wieder ein Rauschen. Ja, bei mir gar nicht. Ja, genau. Bei mir ist auch kein Rauschen. Also, immer, ne? Aber bei mir ist ein Rauschen. Ja, Kopf oder halt. Genau, so. Ich habe dir gesagt, das alles gut. die Schuhe und die Denkante die Schuhe meine Freundin wir haben schon begonnen Schuhen und das ist so beendet ich habe fast wieder in die Lava gesprungen. Ich bin wieder. Okay, ich hab 29 Level, ich darf nicht sterben. Ich hab 26. Ich hab 21. Chris, bist du in der Hölle, oder wo bist du gerade? Ja, Timu, 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 Timu! Hier! Links. Links hoch. Oh, Digger, ich muss nach Hause, Mann. Ich weiß nicht, ich glaub, kannst du sagen, dass es hier oben ist? Hast du eine Spitzhacke? Ja. Ja. Also zweimal nicht. Ja, immer eine. Nee, shit. Hast du Holz? Ja. Wie viel? Äh, vier. Och, nee. Ich hab 32. Da oben wird's locker nicht sein, ne? Okay, warte, lass mal. Ich meine, wir sind, wenn wir... Warte, nimm, komm, Warte, nimm, ne? Warte, ich hab' hier, nimm. Warte, nimm, da oben, da oben, oder? Der oben, da oben, oder? Der oben, da unten, nein. Guck mal, hier da, meine, meine, grüne grüne Blätter da, die hab' ich gemacht. er will nicht nur mit der Kälte das hat ein Setzen gelockt ich habe nichts zu essen also wir müssen jetzt klar ist ja hier jetzt hier und dann müssen wir angeben unter der ganzen ich bin ich daher ganz ganz ich muss hier unter ganz 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 sicher Trommel ich will jetzt den Mixer ja was er auch nicht im Treffen er ist nicht treffen alles klar der Klinik und seine Sachen aufsammelt vielleicht ein paar Klinik herr und wo bist du geflogen da wo du sagst es ja 100 prozent darunter ja ein bisschen weiter hinten da war irgendwie so ein loch sind die sachen loch egal dann baue ich jetzt halt irgendwas oh man nur noch mehr gewartet wenn nils da sein haus rein baut dann wird man jetzt keine ahnung irgendwann okay jetzt kommt dann baue ich da irgendwas hin so ich hab's geschafft boah was hast du geschafft und rausgekommen ich stehe mich immer auf die ganze drauf echt ja so 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.